Frohe Weihnachten und damit Moin und herzlich Willkommen zur 165. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Montag, der 26. Dezember 2011. Vorweg einmal der Blick auf UUP, der weltweit größte ETF auf den US-Dollar-Index, Bullish. Sie wissen, ein starker Dollar ist in der Regel Gift für Rohstoffe, Gift für die Edelmetalle und andersrum. US-Dollar ist lange Zeit in einer bärischen Kaltformation gewesen. Diese bärische Kaltformation wird nach unten aufgelöst und damit ist das potenziell unterstützend für die Rohstoffe und für die Edelmetalle. Das Problem an der Geschichte ist, dass diese Trendlinie nicht, wie man es erwarten würde, mit sehr, sehr viel Volumen gebrochen wird. Sie sehen, hier gehalten, hier gehalten, hier gehalten, da bricht es, da müsste jetzt ganz viel Volumen kommen, aber es war der 23., es ist extrem wenig Volumen in diesem Markt und damit ist der Bruch dieser Trendlinie mit sehr, sehr, wenig Volumen, nicht hundertprozentig valide. Daher sind auch die nächsten Chartmarken, die ich Ihnen zeige, nämlich im Wochenchart, nicht hundertprozentig valide, da das Ganze mit extrem wenig Volumen passiert ist. XSLV World Silver Index. Wir hatten eine aufsteigende Trendlinie, die valide gewesen ist seit Mai 2008. Diese Trendlinie ist diese Woche gebrochen, letzte Woche. Konnte sie noch gehalten werden diese Woche, wird diese Linie nach unten gebrochen. Allerdings haben wir ein deutlich steigendes Momentum auf einmal erhalten und wir hatten vorher einen sehr niedrigen Momentumwert. Nicht historische Tiefs, die historischen Tiefs hatten wir 2008, als diese Trendlinie begonnen hat, aber extrem tief und wenn, das wissen Sie, wenn Momentumwerte extrem hoch sind, wie zum Beispiel hier, da muss man vorsichtig sein und wenn Momentumwerte extrem tief sind, muss man auch vorsichtig sein. Aber hier fällt weiter der Kurz, das Momentumwert steigt. Wir haben eine Verkaufsformation in der Stochastik und wir sind noch nicht im Wochenchart in der Überverkaufsformation, denn die K-Linie befindet sich aktuell bei 31 und hat noch Potenzial nach unten. Zusätzlich, wie gesagt, die aufsteigende Trendlinie seit Mai 2008 gebrochen, das Ganze aber, wie schon am Anfang Ihnen gezeigt, mit sehr wenig Volumen. Wenn wir einfach nur uns auf den Chart konzentrieren, dann müssen wir sagen, nächste Woche ist die Marke von 30 US-Dollar, genau genommen, jawohl, 30 US-Dollar ist per Trendlinie, per Wochenschlusskurs potenzielle Widerstandsmarke. Diese Aussage stimmt, man muss nur wissen, dass der Bruch mit wenig Volumen stattgefunden hat. Wenn wir nach unten kommen sollten, ist diese Trendlinie, diese ehemals trendbegrenzende Linie, wenn ich sie dupliziere und hierhin platziere, hier unten hin platziere, dann sehen Sie, kommt diese Linie in etwa 2-3 Wochen bei der Marke von 27 US-Dollar zum Tragen. Sie haben hier natürlich auch noch die absteigende Trendlinie, hier Berührung, hier Berührung. Wenn wir aber direkt auf die nächste Woche gucken, dann ist die absteigende Trendlinie seit dem Mai, muss es gewesen sein, jawohl, Ende April 2011, die absteigende Wochenstartlinie ist bei 27,74 Dollar und die untere Begrenzung dieser trendbegrenzenden Linie, ehemals trendbegrenzende Linie, muss man sagen, die ist nächste Woche bei 26,85 Dollar nach oben hin. Bitte auf die 30 Dollar achten und sich darüber im Klaren sein, dass dieser Bruch natürlich valide ist, aber mit wenig Volumen stattgefunden hat. Passenderweise horizontale Marken, Widerstand nach oben zwischen 30,35 Dollar per Wochen Schlusskurs und 30,93 ist jetzt Widerstand. Unterstützung haben Sie erst zwischen 27,20 Dollar und der Marke von 26,70 Dollar. Das heißt, auch hier sind die horizontalen Marken, sowohl was Widerstand als auch Unterstützung angeht, sind parallel verlaufen, ähnlich verlaufen wie die Trendlinienmarken. Chart im Gold sieht anders aus. Entgegen des Charts bei Silber haben wir kein tieferes Hoch und tieferes Tief generiert. Wir haben ein höheres Tief und ein tieferes Hoch und der Körper der letzten Wochenkerze ist innerhalb des Körpers der Kerze davor. Damit haben wir eine bullische Harami-Kerze, aber auch diese Kerze ist mit wenig Volumen. Steigendes Momentum ebenfalls hier, ebenfalls ein relativ niedriger Momentumwert. Verkaufsformation in der Stochastik, die K-Linie ist aktuell bei 40, hätte Platz nach unten. Allerdings ist die aufsteigende Trendlinie und die ist seit Anfang 2009 valide, bei Gold nicht gebrochen. Potenzielle Unterstützung per Wochen Schlusskurs ist die Marke von 15,80. Wenn diese Marke brechen sollte, dann müssen wir uns zwangsläufig an diese Linie orientieren. Diese nehme ich hier. Sie sehen hier Widerstand, Widerstand, Widerstand gebrochen. Ich zoome etwas ran und Sie sehen, das was ehemals Widerstand gewesen ist, ist hier unterstützend gewesen. Danach geht die Rallye weiter. Das heißt, wenn wir runterkommen sollten, dann haben wir nächste Woche. Unwahrscheinlich, dass es nächste Woche dahin geht, sage ich Ihnen jetzt vorweg. 14,70. Auf jeden Fall muss man sich dann an diese Trendlinie orientieren. Was diese Trendlinie angeht, die ist nur dupliziert worden. Wir haben eine valide absteigende Trendlinie seit dem Outtime High. Hier Berührung, hier Berührung, die habe ich dupliziert. Hier haben wir eine Berührung und das hatte ich Ihnen letzte Woche hier schon gesagt. Haben die Bären die Kraft zurückzukommen und nochmal den ganzen Weg von oben nach unten zu machen, diese Trendlinie zu berühren oder fehlt die Kraft, die Bullen gehen eher nach oben, dann ist das Ganze eher bullish zu sehen, was das Szenario angeht. Horizontale Marken. 16,20 hatten wir immer wieder besprochen. Ganz, ganz, ganz wichtige Unterstützung Marke für Gold gewesen. Das sind ebenfalls Wochenchartmarken. Gebrochen, Unterstützung hochgegangen, gebrochen und jetzt versucht die ehemalige Unterstützung, was Widerstand ist, zurückzuerobern per Wochenschlusskurs. Nicht gelungen, runtergekommen, unterhalb der Marke von 16,20 geschlossen. Damit potenzieller Widerstand auf dem Weg nach unten. Die nächste Unterstützungszone, ganz wichtig, 15,63 per Wochenschlusskurs und da drunter ist dann die Marke von 15,43. Da sind wir dann aber schon unterhalb der aufsteigenden Trendlinie. Nach oben hin, was die Widerstände angeht, falls wir die 16,20 brechen sollten, ist die 16,85. Sie sehen gebrochen, Widerstand, Widerstand, gebrochen, zurückgekommen, Unterstützung und nochmal gebrochen. Und wenn ich nochmal auf die Trendlinie zurückgehe, schauen Sie sich das an. Diese ehemalige, hoppalalala, diese ehemalige trendunterstützende Linie, von hier stammt diese Linie, die verläuft nächste Woche bei 16, jetzt schauen wir ganz genau, 16,77. Das heißt auch hier eine Trendlinienmarke, was eine potenzielle Widerstandszone sein könnte, falls Gold den Weg nach oben suchen kann und die Marke von 16,20 hinter sich lassen kann. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, traden Sie vorsichtig, traden Sie immer mit einem Stop Loss, bleiben Sie gesund. Das nächste Abgebiet gibt es morgen Wolke P.